So, willkommen zurück. Dort unten hin, laut Pfeil. Also, ich folge natürlich dem Pfeil. Ich weiß natürlich auch nicht mehr alles auswendig. Ich steige mal eben ab. Ups. Andraste, Diener von Angmar. Und Kreprenkundschaftler. Na, na, schöne Scheiße hier. Na, komm du doch her. Ehrlich jetzt? Oh ja, du solltest den hier vorne anwählen. So, ich stelle nicht mal ganz kurz weg. So. Andraste. Und jetzt müssen wir, ja, wieder zurück zu Tom. Auf geht's. Kommen wir ja auch hier runter, Lena? Wahrscheinlich nicht, um uns auch hier über die Beinchen zu brechen. Aber wo, hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Ey. Abkürzung. Ausgestoßener Waldjäger. Lass mich in Ruhe. Ich bin gar nicht da. Und ja, um dir auf meinen Pony anzugreifen. Naja, will wahrscheinlich eins aufs Mützchen. Dann komm her. Daran soll es ja nicht scheitern. Hier. Tschüss. Tschüss. So. Tom, da bin ich wieder für meinen Tod. Ding. 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 Hey, ihr da. Bleibt doch eine Weile. Oder habt ihr solche Eile? Orangort, sagt ihr. Das ist ein düsterer Ort, voller düsterer Gestalten, von dem ihr euch fernhalten solltet. Aber wenn ihr müsst, dann müsst ihr eben. Und ich werde euch nicht aufhalten. Schön. Dann kommt näher. Ich werde euch berichten. Wählen. Oh ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Hallo, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Die großen Hügelgräber sind nichts für schwache Herzen oder zartgliedrige Typen. Verdorbene Unheude und Herren des Bösen ergötzen sich an dem Schrecken, den sie über andere bringen. Den alten Tom haben sie nie erwischt und das wird ihnen auch niemals gelingen. Er ist der Meister. Wenn ihr gehen wollt, wird Tom euch führen. Kapitel 11 Ding. Long. Dong. Long. Ja, wir wollen... In den Tiefen von Othrongrod, dem großen Hügelgrab, wird eine unheilige Allianz geschmiedet. Sie könnte das Ende von Eriador bedeuten. Hm. Mhm. Wo muss ich denn hin? Bestimmt dort lang, oder? Wenn ich schon durchstehe. Kommt schon. Ja, komm. Oder bin ich hier falsch? Falsch. Nein, ich glaube, das ist hier. Na, das ist ja Hübsch hier. Und schon wieder Grimhans. Und da hinten ist Gorgrim. Seht ihr ihn? Die olle Sau, ey. Den mache ich platt. Damit ihr nicht schon wieder abhauen. Neutate Hühlen, Gräberhöhlen. Ja. So, was haben wir denn hier eigentlich? Tüte gewährt. Ach, endlich darf ich schon mitsehen. Und ich wollte schon die ganze Zeit lang. Sehr schön. Was haben wir hier? Ich muss noch mal ganz kurz hier entnehmen. Und Aufgabengegenstand. Nee. Ach so. So. Ähm. Gut. Sieht ja nicht gerade einladend hier dran aus. Und die haben wir auch gleich wieder Freunde. Sollten hier nicht eigentlich Geister sein? Aua. Hat die Ola Hotte mich gestunt? Na, warte. Oh, die sind natürlich Level 21. Na, nicht, dass ich hier jetzt meinen ersten Tod finde. Das wäre ja tragisch. Hier ist nix. Also, da muss ich ein wenig vorsichtig, ähm, vorangehen. Aber ich glaube, hier in den Dingern war auch nichts drin immer, ne? Sieht nicht so aus. Wir müssen einfach den Weg nach unten folgen. Ähm. Ich glaube, hier ist was passiert, Leute. Nicht so schön. Oh. Was wollt ihr denn von mir? So, hier, komm. Hopp. Was haben wir denn hier eigentlich? Äh. Nehmen wir doch mal. Und. Dann essen wir aber nochmal was. Oh, hört ihr das? Noch ein Grimhant. Da fliegen noch zwei Grimhänder. Was ist die Mehrzahl von Grimhant? Doch, ich besiege dich. Siehst du? Oh. Uah. Na. Die wollen ja. 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 Und noch mehr, Freunde. Komm mal her. Fahrt um. Nochmal eben kurz hier. Doch. Das klingt doch was, würde ich gerade sagen. Ich kann nicht besiegt werden. Doch, du kannst. Lauf nicht weg. Warte. Skorgen hat verbrochen. Er hat gesagt, was ist das für ein Grimhant? Oh nein. Na, schöne Scheiße. Gerade eben wollte ich ja noch Geister haben, ne? Wir halten doch. Oh, nimmt was aus hier. Ja. Puh. Ja. So anders geht es ja nicht lang. Oha. Sind das hier die Naturfuzis oder was? Nein, das wird ja witzig. Ich muss mal ganz kurz gucken. Nö, ist aber immer noch eine Solo-Instanz. Also immer noch. Also früher war es keine. Also. Der Hexenkönig. Herr der Narskul. Kommt, Iva erwartet uns. Ach, du heilige Schande. Puh. Ach, wir sind nur kleiner. Okay. Mach immer mehr ran. Komm hier. Ja. 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 Das ist ein wenig Nebenbei-Heilung. Naja, die hauen da schon ganz schön rein, ne? Kann man jetzt echt nicht anders sagen. Ach, du heilige Scheiße. Ja. 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 Oh, 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 jetzt. Jetzt wird es aber enger. Ja, mal ein bisschen warten. Oh, 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 oh. Okay. Okay. Ein kritisches Schriftstück. Ops. Oh, nein. Oh, nein. Muss ich den mal rausnehmen. Geht gerade nicht anders. Was ist denn? Er zielt mit einem kritischen Tropfer einen... Aha, okay. Wow! Oh, Leute! Wo muss ich denn hin? Das sah gerade so aus, ob es da auch noch lang geht. Na gut. Puh, jojojo. Oh, ich nehme mal ja mal fix mal einen Trank hier. Ja, Leute, so kann es gehen. Ich glaube, das könnte ein wenig interessant werden hier heute. Okay. Okay. Wiearity!